Egal ob du Kinder hast oder nicht, ob du im Hotel, im Park oder zu Hause trainieren möchtest, alleine oder mit der besten Freundin, das Sling Training lässt sich einfach überall in deinen Alltag integrieren. Es schafft dir einen schönen Ausgleich zum Stress, ein Wohlgefühl und straff den ganzen Körper. Ich freue mich auf dich.